Wir sind Klinikum Würzburg-Mitte und wir sind einfach klasse. Wir sind familiär und professionell. Wir sind empathisch und fachkompetent. Ich bin Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin, habe die Ausbildung hier im KWM 2014 gestartet. Hier herrscht eine sehr, sehr familiäre Atmosphäre. Also für mich persönlich ist das KWM einfach ein Arbeitgeber, wo ich herzlich aufgenommen wurde. In die Einarbeitung von neuen Kollegen legen mir sehr, sehr, sehr viel Zeit. Beim Lebensarbeitszeitkonto kann man wie ein Sabbatjahr machen. Das habe ich zum Beispiel vor. Also speziell bei uns im OP gibt es die Möglichkeit der Weiterbildung zum Fachkrankenpfleger oder Fachkrankenschwester für den Operationsdienst. Ansonsten treffen wir uns tatsächlich auch mit unserem Team, einfach auch außerhalb der Klinik. Wenn dir gefallen hat, was du gesehen hast und mit uns gemeinsam Zukunft gestalten willst, dann komm zu uns und bewerb dich jetzt.